Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Hi da, schöne da! Ganz schön wie du! Ja, du hast auch Freude! Hast du auch Freude? Ja, ja, ich habe Freude! Ja, vier miteinander! Ja, ist ja verrockt da! Ist ja verrockt wieder da! Die sind unten dran! Oh, ja, 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 ja! Die Mecke ist doch genau, dass sie mich auch Freude hat! So, noch ist 3 Uhr! Das kann ich verzwitschen! Ich verzwitsche es eben, wenn es ein Video gibt! Ich kann mich noch nicht verzwungen! Es kann mich einfach nicht mit den Blüten von Schatten zu f із zä por, ich darf mich nicht verraten! Das kann ich nicht mit den Blüten von Schatten zu kuchen! Ich glaube, ich schaube nur die Blüten von Schatten. Oh, es geht nur um einen deinen Chart! Geh lachen, Mann, lachen, ja. Lieber, Mann? Ja. 2 auf 2! Das ist schon geil! Das muss ein Erlebnis sein, einfach so! Hey, Peterli du! Peterik, nicht so schön! Nicht so schön von unserer Jacht! Jawohl! Jacht! Oh, das ist ein Mann! Das ist ein Mann! So bleiben würde ich sagen, Peter! Wir sind also nicht 30 cm weg von der Kamera! Du brauchst schon fast ein Macriobjektiv! Angela دürmen Sie einen Mann! Du brauchst gerne mal eines Aufmerksamkeit! Ja, das war eine Sonnend. Oder sonst lässt es so! Aber es war mir, wenn wir sein Mann befinden, hört sich nicht! Ja! Du warst, ne? Ja... Lamp... ...hier zu sein. Was ist das? Wann braucht man eine Sonne-Wasser-Gehäuse für die Kamera? Ja. Ich brauche eine Sonne-Wasser-Gehäuse für die Kamera. Oder noch ein Spritz-Wasser-Gehäuse. Gutes ford, weißt du! Wann bin ich schon fels? Wann ist das denn? Ja! Wann ist das denn? Wann bin ich schon felsen? Gutes ... Gutes ... Noch mal ein gefröntes Abschluss, ein bisschen voll wie die Jagd. Die Tücher hält gerade aus! So geil! So wachst du geil! So hammer-hammer! Wenn ich an der Verfolgungsjagd erhebt, um 12 Uhr! Jawoll, mit dem Raten vermischt! Das ist so geil! Ja sicher! Ja!